Ja, es zieht sich einfach durch die gesamte Saison, dass wir einfach für Spektakel stehen und ich glaube, das wurde dann auch honoriert. Auch nach dem Spiel haben uns Köln-Fans beglückwunsch zu der Leistung und ich glaube einfach, dass das für uns alle ein großes Lob ist. Und die Mannschaft hat sich das verdient. Wir lassen nichts auslaufen, auch wenn wir jetzt dann davor nicht so siegreich waren. Aber wir wollten da unbedingt auch unseren Fans, die da ja mit einer riesen Zahl nach Köln gereist sind, wollten wir da noch was bieten. Und ich glaube, wir sind da nichts schuldig geblieben. Das sind die Momente, die der Fußball ausmacht. Das ist einfach geil. Du machst das 4-1 dann und erstickst alles im Keim und auf einmal kommen die wieder auf und kommen wieder ran. Und ja, alle schmeißen sich rein und probieren, das Ding zu verteidigen. Und dass wir dann mit einem Konter ins leere Tor noch das 5-3 machen, war dann überragend. Und ich glaube, das hat man dann auch an der Freude bei uns gesehen.